Ja hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, den letzten Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir was wunderbares verbracht. Wir haben die Guard Skulls uns geholt und auch zusätzlich noch die Hunters Skulls. Heißt wir haben jetzt vier Gilden, können unsere Leute ausstatten. Wir haben es auch bei den Hunters und Guards direkt gemacht. Wir müssen noch hier eben kurz unsere älteren Goblins leider in die Wildnis schicken. Wir haben nicht unbedingt was davon sie zu behalten. Man kann sie halt nicht nochmal reteilen. Ich weiß auch nicht, was es jetzt sonderlich bringt, sie zu behalten. So, die können hier auch sterben noch zusätzlich und, na gut, muss jetzt nicht unbedingt sein. So, eben kurz noch haben wir hier, hier haben wir schon mal ein paar Techniken. Den packen wir eh noch dazu. Hab Spaß. Er kann auch mal ein Hanser werden. Und er ist unnütz. Viel Spaß in der Wildnis. So, wir müssen noch unser Team neu einrichten. Betrayed an unfamiliar path. Ich hatte mich gerade mal aus dem Bild gepackt, weil ich mit einer minimalen Sequenz gerade gerechnet habe. Aber es kam keine. Na gut, können wir ja losziehen, ne? Äh, zwei sind Ding gefallen. Okay, es ist von vornherein klar, wo wir lang gehen. Nämlich da, wo wir einen Freund holen können. Dafür muss ich hier lang, ne? Ja. Neuer Freund ist nämlich immer gut. Brut und Fickblatt habe ich schon. Okay, seine Fähigkeiten habe ich aber auch schon. Äh. Ich schicke dich mal nach Hause. Oh, kann ich nicht beide einfach zu mir in den, äh, unter Stopp schicken. Warum immer nur einen? Oh, ein großer, böser Wolf. Timberwolf. Okay. Dann probieren wir mal den Charge aus. Alter. Sah de heftig aus. Son-Strike. Dann kann ich ja safe auf den Fitt. Aber der kann zweimal beißen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Staggering-Hit. Peace-Mesha. Double-Shot. Sehr effektiv. Koscher. Dieser Doppelbiss, der gefällt mir überhaupt nicht. Vielleicht auch du die Gruppe stärken kannst. Ich bin schon wieder so einer. lk-Tasten. Ich spinne nie, zwei, drei, vier, 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 vier... schlug der Pfiff nein nicht Koppeboosten Koppeboost ist unfair Ich hau dir die Rüstung runter. Aua. Tschüste dich. Ja, dich mach ich jetzt eben kurz weg. Ja, wuf. Shunstrike! Ich setz mal der Falle dahin. Sollte auch denen da jetzt helfen. Wenn der Falle funktioniert hätte. Mir gefällt nicht, wie heftig diese Wölfe sind. Sie sind ja genauso schlimm wie die Zombo. Schade. 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 Oh, da kann ich gut draufhauen. Ja, die Snare-Trap. Kann ich ja stunnen mit. Die macht auch ordentlich damage. Ich hasse diese Wölfe. Ich mag sie jetzt schon nicht. Wuuuuh. Armo ab. Ich expose den Hinteren tatsächlich. Geh mal so ab, nur mal viel Schaden. Finge, ich geh zeigen. Ich habe sie nicht. Nockback. Strei. Wau. Jawoll. ich komme der hat nur noch zwei Leben ich gehe lieber auf Armraub schaue aber perfekt und ich kann ruhig ein Zahnstreik machen Snare Trap auf dich den Hunter den Marken und Falle schade die Fallen sind ultra stark so du brauchst rinken hier was das war es schon das war ein kurzes Gebiet guck mal da vorne da geht es weiter es ist keiner gestorben aber wirklich plus gemacht haben wir jetzt auch nicht ich will hier übrigens ändern ich hole den Beast Bane gegen die Dunk Trap wieder raus die Snare Trap ist auf einem einzelnen Feind sogar wesentlich mächtiger ich sollte mal gucken dass ich die Teile eventuell mal ein bisschen ausbaue also hier die Gals weil das verbessert ja die Werte brauche ich aber auch wesentlich mehr Zeug für doch für alles davon Holz was ich nicht habe eventuell sollte ich bis zur nächsten Folge wirklich mal hier ein bisschen offscreen ja das gönne ich mir auf jeden Fall ein bisschen Holz farben dass wir wirklich mal unsere Truppen erst mal beziehungsweise die Gals upgraden also Holz und Fivers natürlich ich will das jetzt nicht jedes mal on screen machen wenn ich dann hier was farbe ich kann ja so nebenbei festhalten was ich so offscreen neues finde man braucht mindestens einen Fünferwert ne er hat einen Fünferwert er hat einen Fünferwert er hat einen Fünferwert du kannst nach hause gehen du kannst nach hause gehen du hast deine besten Zeiten hinter dir da tue ich dann jemand Neues hin so ich brauche mal mehr Guards ein Schamane der ein bisschen fröhlicher gucken könnte und ein weiterer Hunter für den Hunter braucht man offenbar auch mind mal ich kann ja bei wem anders mal eben kurz ach ne kann ich nicht wir können noch hier zwei machen eventuell gute da braucht man offenbar mind auch 5 von das ist das ist der ein Hunter du darfst groß werden ein kleiner Hunter und ich hab einen bekommen der nichts kann ah sechs punkte in mind braucht man damit der zum Hunter werden kann äh das muss ich groß werden bevor ich dich in die Wildnis setze guck gerade hatte irgendwer schlechte Werte von den fünf offenbar nicht offenbar nicht also wie gesagt ich würde jetzt äh bis zur nächsten Folge echt mal gucken dass ich aus kein bisschen Holz vielleicht auch frei was sammelt dass ich die alle äh äh also alle Gills einmal upgrade weil die halten ja echt sonst gar nichts aus vor allem bei ihm wäre es eigentlich sehr wichtig bei den Guards damit die mehr aushalten können und die kriegen dann ja auch zum Beispiel hier nochmal Power pro Level äh hier hinten äh Crit Chance äh wird höher und dann hier auch nochmal mehr Power pro Spill mit mehr Leben das wäre halt wichtig weil ihr habt ja gerade bei den Wölfen gesehen wie sehr die uns teilweise auseinander genommen haben also wir müssen da wirklich mal einen Upgrade machen dieses Upgrade das würde ich mir tatsächlich jetzt auch schon mal gönnen dann kann ich nämlich auch mehr mitnehmen weil ich dann mehr Slots habe so sonst noch irgendwas das äh mit Stein und ich kann immer nur um einen aufbessern ich möchte die Ancestor Hall äh verbessern aber dafür brauche ich erst hier ähm mehr Leute ne ich muss 20 Seen zusammensammeln die Anzahl an Leuten äh passt schon aber ich musste Seen zusammensammeln halt auch etwas was ich äh dann offscreen nebenbei mache dass ich gucke ich äh lasse die immer und immer wieder mal retiren äh passt dann schon naja auf jeden Fall ich hoffe ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Folge beim nächsten Mal seht ihr auf jeden Fall dass äh die Gilden alle dann onscreen auf Level 2 erweitert werden und eventuell habe ich dann auch 20 Seen beisammen ich sage eventuell damit äh wir auch hier den Ancestor Hall verbessern können wenn ich irgendwas äh neues finde an Fähigkeiten dann äh gucke ich dass ich äh eventuell Screenshots mache und die blende ich dann ein also in der Hinsicht ne also wir werden jetzt keine neue Klasse unterwegs finden ich gehe davon einfach nur aus dass wir auf jeden Fall wenn ich dann mal neue Goblins sehe ich gucke dass ich die mitnehme und wenn die neue Fähigkeiten haben dann mache ich Screenshots und die zeige ich dann naja nichtsdestotrotz wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder äh das kann dann eine Weile dauern bis dahin sage ich aber mal Ciao und bis zum nächsten Part Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal